So, willkommen zurück zu einer weiteren Folgelage Winch. Den hatte ich ja jetzt geknackt. Diese Tür ist mit mehreren Schlüssen gesichert. Entschuldigung. Mal schauen mal hier. Eine Tür. Was war das? Verschiedene Bücher über die Kunst des Krieges. Ich habe sie schon alle gelesen. Nairo hat auf sie geschworen. Eine kleine afrikanische Tattoo. Ihr Kopf lässt sich drehen. Ich weiß nicht, woher Lago das weiß. Ich drehe den Kopf dahinter zum Schalter. Das muss mich ein bisschen dauern. Das hard disk ist richtig. Ich bin hier nicht zuhause. Nein! Das stimmt. Zum Glück. Gut. Ein Computer. Das muss mich ein wenig dauern. Das harte Disk ist recht beschädigt. Geh deine Zeit. Ich werde aufhören. Was der Schreibschutz der Festplatte allerdings mit... Lass uns Karenskys CD probieren. Mann, da hast du noch eine gute alte IBM Tastatur. So. Oh! Ja, wollen wir das mal knacken. Nee. Und ich habe es schon wieder vergeheckt, glaube ich. Ich bin sicher sogar. Ich bin sicher. Ja. 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 Wegen. Ich bin sicher. Gehe. Ja. 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 Oh, eine Hunde aussetzen, verdammt, das wollte ich natürlich nicht. Oh, oh. Nein, 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 nein. Verdammt, ich glaube, ich habe es schon wieder geschafft. Ja, ich habe es tatsächlich geschafft, schon wieder zu sterben. Ich weiß auch nicht. Ich weiß 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 nicht. Ich habe dir die Uhr gar nicht gestellt. Also, ohne dass ihr dabei seid, dann müsst ihr euch das nicht antun. Also, ein Part müsst ihr auf jeden Fall gucken. Oh. Oh. Okay. Okay. Oh, 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 oh. Die Nummer ist doch schon wieder gegessen. Nicht so einfach alles. Die Nummer ist doch schon wieder gegessen. Die Nummer ist doch schon wieder gegessen. Ja! Dann verstehe ich nicht. Die Nummer ist doch schon wieder. Die Nummer ist doch schon wieder gegessen. Oh-oh. 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ach ja, gut. Das war's für heute. Okay. 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 Tja, ich weiß nicht, da kann ich mal nicht so viel zu sagen momentan. Autsch, das kann doch nicht sein. So kurz vorm Ende. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ich habe es schon wieder geschafft, ich habe es schon wieder geschafft. Ich habe es schon wieder geschafft, ich habe es schon wieder geschafft. Ich habe es schon wieder geschafft, ich habe es schon wieder geschafft. Ich habe es schon wieder geschafft, ich habe es schon wieder geschafft. Ich habe es schon wieder geschafft, ich habe es schon wieder geschafft. Ich habe es schon wieder geschafft, ich habe es schon wieder geschafft. Ich habe es schon wieder geschafft, ich habe es schon wieder geschafft. Ich habe es schon wieder geschafft, ich habe es schon wieder geschafft. Und fange die nächste Folge dann an, wenn das hier durch ist als Rätsel. Gut, bis dahin. Ciao. 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 Ciao.